Dann dürft ihr euch jetzt auf Juna und Riekenfreunde von Lena und Julia. Sie ist endlich gesiegt und Spira hat mir den Kopf zu machen. Man dankt mir. Ich bin auch glücklich. Aber die, die mich hier sagt, jetzt alle lachen sollen zählen. Denn auch der schönste Traum geht irgendwann zu Ende. Wärst du jetzt hier bei mir, mir würde es besser gehen. Wärst du jetzt hier bei mir, würde jemand mich verstehen, so schön sollte noch geschehen. Juna! Kaffee geht? Hallo Rico. Was treibst du hier? So ganz allein. Ich habe nur nachgedacht. Ach Jumi. Ich weiß doch, dass du ihn vermisst. Aber du solltest mehr in dir jetzt leben. Aber nichts aber. Ja, Rico weiß mehr. Hör, wenn du dich in deinem Haaren wohnen möchtest. Du hast ja recht, Rico. Was wäre schon ohne dich? Was wäre für mich? Du hast eine Freundin in den Müll. Und du hast eine Freundin in den Müll. Die Einstellung war nicht. Danke, Rico. Ich sollte nicht in deine Noten mitschwellen. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Komm Jumi! Lass uns mit einem anderen gehen. Einen Moment noch. Ich komme gleich nach. Okay. Dennoch wird ein Teil von mir immer hoffen, dass du mir eines Tages vielleicht doch noch auf ein Pfeifen abdrückt bist. Untertitelung des ZDF, 2020